Norddeutscher Rundfunk 2021 Oh Jungs, das war 1994, 75, weil schon das Dach drauf war, 75, schätze ich. Der Peter. Das ist der Peter, ja. Kleiner Ziegenbart fängt auch und der Bauch kommt auch raus. Der Bart oder der Bauch? Alles beide. Harte Hochzeit von dir. Aber meine Hochzeit, ja. Immer auf dem LKW den zwei Schrauben auf. Da hab ich den roten Mercedes-Benz. Das war auch schön. Und da war mein Konfirmationsanzug da drauf reingepasst. Und immer noch glücklich verheiratet. Und da hinten ist die Waltraut. Ja. Korsi Karin grinslich. Waltraut Luther. Wirklich. Wenn die das gewusst hätte heute, dann wird's weiter. Guck mal, der Günther. Boah, der hat ja einen Ballon. Guck dir das mal an. Boah, wie aufgeblatter Ballon. Da haben wir schon 18 Stunden gearbeitet ohne Pause. Das war ich, Sabine, und unser Rekord B. Das ist der Rekord. Das ist der Rekord. Richtig. Da ist doch der Rekord, ja. Da sind wir rübergezogen. Mit denen sind wir umgezogen im Westerwald. Mit denen sind wir umgezogen im Westerwald. D Wege. D, D